Was ist GameNow.de? Ich weiß es nicht. GameNow.de bedeutet Skill. Stirb. Hey, warum treffe ich dich denn nicht? GameNow.de bedeutet immer die besten Begrüßungen. Scheiße, mein Thrift startet nicht. GameNow.de bedeutet innovativster Kommentarstil. Und? Habe ich euer Interesse geweckt? Hey, lass uns lieber mit den Tennisbällen das Spiel. Da ist eine ganze Kiste voll. Pass auf, YouTube. Hey. Okay, ihr wollt mehr Informationen. Ihr sollt welche bekommen. Bei GameNow.de gibt es Videos in 1440p bis teilweise sogar 2160p Qualität. Na, also wenn ich mir das so anhöre, überlege ich manchmal, ob ich nicht vielleicht Werbesprecher werden sollte. Bei GameNow.de spielen wir in diversen Events zusammen mit der Community. Ach ja, und ich bin Drei-Frage-Zeichen-Fan. So, würdet ihr jetzt vielleicht auf meinem Kanal bleiben? Nein, ich denke da auch nicht daran. Ich bin Drei-Frage-Zeichen-Fan.de. Ich bin Drei-Frage-Zeichen-Fan.de. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020